Nun gut, legen wir mal los, oder? Ja. Kommen wir mal zum ersten Thema. Ja, fangen wir mal. Glutenforscht vergeudet, also passt schon. Ja, natürlich. Ich habe da mal was vorbereitet. Wirklich. Ein Erfinder hat sich überlegt, wie kann man die Fahrradgangsschaltung am Fahrrad automatisieren und vielleicht noch komplexer gestalten, als die klassischen Schaltungen ohnehin schon sind. Oh, der hat sich da echt, ich finde, ein echt cooles Konzept überlegt, von einer gelagerten, Gangsschaltung mit einzelnen Ritzen und die aneinander abge... Wie sagt man da? Mit Federn verbundener Torso in einem Kreis, die je nach Kraftaufwand sich auseinanderdrücken oder zusammenziehen. Sag mal so. Das heißt, wenn du jetzt viel Kraft benötigst, dann drücken sich die Federn da zusammen und du hast hinten ein kleineres, oder vorne ein kleineres Rädchen, also eine kürzere Übersetzung und wenn du wenig Kraft aufwendest, drücken die Federn diese Ritzen wieder auseinander, also die einzelnen Ritzelchen wieder auseinander, du hast einen größeren, einen größeren Kranz und damit eine höhere Übersetzung. Das Ganze schaut so aus. Ich spiele jetzt ein Video vor, es ist wahrscheinlich wirklich nur interessant für all jene, die jetzt auf YouTube schauen, aber da sieht man, er dreht jetzt und er hat jetzt nahezu keinen Widerstand. Und da sieht man, wie der Kranz vorne groß ist und jetzt gibt er mehr Widerstand drauf und jetzt zieht sich vorne das komplexe Rädchen wieder zusammen und du hast schon mehr Kraft, du hast schon größere Kraft, größere Möglichkeit, hinten Kraft drauf zu bringen. Nochmal? Der Alex hat es verstanden? Ja, ich meine, es ist jetzt so halbwegs nur, ich sage, ja, ist jetzt keine schlechte Leistung, was er da gemacht hat, nur, ich frage mich in Anbetracht dessen, dass der Großteil der Vorräder ja immer mehr elektrifiziert wird. Ja, aber elektrifiziert ist es ja nur für die fahrenden Menschen, die selber Aufwand und Mühe scheuen. Ja, ja, nein, aber ich sage einmal so, er wollte ja das quasi, ich habe da jetzt gleich schnell gelesen, sein Ziel war ja, dass das Fahrradfahren einfacher wird. Genau, ja. So. Ja, einfacher in der Hinsicht, dass man nicht schalten muss. Ja, ja, eh, aber theoretisch, ja, das erziehe ich mit dem E-Bike eigentlich auch. Ja, aber man will ja nicht, mit dem E-Bike fahren, also ich nicht zum Beispiel und viele passionierte Radfahrer auch nicht. Naja, klar, okay, ich verstehe jetzt, wenn du sagst, du bist passionierter Radfahrer, aber wenn ich zum Beispiel Rad fahre, Ich habe gesagt, die anderen sind passionierte Radfahrer. Das ist ja egal, kannst du von mir auch sein. Aber wenn ich sage, ich fahre ein Fahrrad, um als Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen, will ich es halt möglichst effizient und komfortabel haben. Genau. Und das ist dann das E-Bike eigentlich. Nein, das schon, das schon. Also das meine ich, ich meine, jetzt wenn du sagst, als Sport oder als Leistungsausgleich oder was weiß ich was, dass du sagst, okay, ich will mich irgendwie sportlich betätigen, nur frage ich halt, ob für dich sowas praktisch wäre. Ja, praktisch ist das wahrscheinlich insofern nicht, weil du die Komplexität damit extrem erhöhst. Ja, das ist das Nächste. Bei der klassischen Gangschaltung hast du jetzt einfach nur die einzelnen Rädchen, also Ritzlrädchen oder wie das heißt und quasi nur den Hebel, der die Kette nachher aufs nächst höhere oder nächst niedrigere legt. Das ist ja jetzt von der Komplexität her todel einfach. Und da erhöhst du die Komplexität um zusätzlich mehrere Zahnräder und Federn und das Ganze auch noch ungeschützt. Also da will man nicht mit der Hose oder so reinkommen. Ich glaube, da hat man einen richtigen Kudelmuddel dann. Ja, das wäre schaum. Ich meine, ich finde es beeindruckend, was er da gebaut hat. Das muss man sagen, ja, okay, coole Idee. Leih, ob es in der Realität Anwendung findet, schwierig. Ja, eh, nein, stimmt. Auf alle Fälle. Also das, das muss ich sagen, ja, ich verstehe die Idee dahinter. Also das sei Intention, also für, weiß ich nicht, war das ein Abschlussprojekt von irgendwas oder einfach nur Spaß. Man sieht es jetzt in dem Video auch, das gleiche Konzept hat er ja auf dem hinteren Rad ja, also da sind ja auch kleinere, ist das, dieser Kronz in einer etwas kleinere Version. Aber was man da halt im Video vor allem sieht, ist, wie unruhig da eigentlich die Kette drüber läuft und ja, ich habe so meine Zweifel ab. Also ich glaube, es bringt möglicherweise, ich glaube, für richtig Profi-Radfahrer ist das schon eine geile Scheiße, weil es Gewichtseinsparungen nochmal dazu nimmt und beim Radfahren ist es ja jeder Gramm zu viel, deswegen kaufen sie sich ja mittlerweile alle Rahmen aus Luft. Keine Ahnung, aber sogar Carbon ist ja da noch fast schon zu schwer. Ja, ich meine, es ist so eine Sache, Carbon-Rahmen hat ja schon den Nachteil, wenn du das einmal umfliegt, kannst du es eigentlich fast wegschmeißen. du hast, das ist, ja. Du wirst ein Haares drin haben, das ist einfach zwangsläufig. Dann ist das Teil kaputt, ja. Ja. Ja, wenn es jetzt nur so normal am Boden fällt, da wirst du ja schon nicht das Problem haben, aber nach einem Sturz oder sowas musst du das Teil eigentlich wegschmeißen. Das kann da theoretisch auch einfach, wenn es da umfliegt. Nein, nein, natürlich. Du wirst es leider nicht. Das ist das große Problem bei dem Carbon-Sack, ja. Ja, da kannst du dann dafür, kannst du röntgen gehen. Ja, ja, genau, stimmt. Also, das ist ja praktisch. Oder wiederverwerten und der U-Boot rausbauen. So, kommen wir zum nächsten Thema. da ist ja purchasen, wenn es da öffchen, einhuhn kann. Ja,